einen wunderschönen guten tag wenn ich euch heute ein neues video in alter frische wie ihr wisst selbst gekauft und ja es geht mir gleich los ich habe wieder etwas neues bestellt und zwar eine campus tüte ja ihr habt richtig gehört eine campus tüte eine diesmal gab es nicht zwei sondern eine ja und ich fange auch gleich an mit dem kirchenmesser ja habe ich damals geschenke bekommen von meinem papa und von mama ja weil ich bloß gurken habe als messer okay ja 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 Und auch hier wieder gibt es Müll, kann man als Hut benutzen, muss man aber nicht, sieht nicht gut aus, also weg damit. Und wir fangen auch gleich an mit dem ersten Produkt und zwar. Ja, hohes Zee-Mintwasser, Wassermelone-Gurke, ohne Zucker und nicht Prägend, natürliches Mineralwasser, ja. Schließlich habe ich jetzt irgendetwas reingeschnitten, oder? Weil es schon nass ist. Ich schaff's mal nicht, haha. Kischenrollen sind wichtig und richtig. Der eine andere weiß, warum ich das sage, der andere nicht. Ihr könnt halt in die Kommentare schreiben, warum ich das erwähnt habe. Ja, ist halt nass. Mh, hm. Was ist hier? Get Puppet. Ich habe keinen Toaster. Ach. Ich kann mal reingucken. Das ist ja auch schön, das ist ja noch mal eingepackt. Die kennt ja aus. Mhm. Dann einmal so eine... Was ist denn das? Magic... Die... Die... Die Gatering oder Gatering? Ich habe keine Ahnung, guck einfach selber. Da. Meinst du den Kreuzisch? Ja. Meinst du den Kreuzisch? Mhm. Dann wieder Wertung. Mit dir sieht Leipzig jetzt noch besser aus. Nicht, dass es jetzt Beifigs war, aber okay. Okay. Erste eigene Wohnung. Und trotzdem nicht zu essen. Alma... Mama... Verzichten... Lusteria... Gutschein. Gutschein. Das darf ich mir einmal aufheben. Das... Da kenne ich niemanden. Ich nehme wieder hier so einen Flink. Und auch hier bitte, äh, halte ich den... Code. Und die Kamera. Wer ihn benutzt... Wer ihn benutzt... Wer sie nicht... Von euch... Da er ihn benutzt halt... Äh... Benutzt... Könnt ihr mal Dankes auch in die Kommentare sagen. Ja... Dann... Wie immer... Werbung... Ach ja... Ist das... Zu dem Ding hier... Naja... Erstmal... Aufheben für meinen Sohn. Der freut sich bestimmt. Dann... Dein Rahmen... Für Umlevel 10€... So ist der Kasse, ja... Oh ja... schon war... Achso... Ich vergesse die Zeiten... Ha ha... Dann habe ich hier... Pasta... For... For... Life... Ist das... Das ist ein Motor. Der hat einen. Das ist doch ein. Das ist doch ein. nochmal auf der Ria. Ich war einmal dort drin. Also ich muss sagen, das ist delektös, also da gibt es wirklich nichts. Die Pizza, die Pasta, super Team, super Leute, immerhin und freundlich. Alles Pico-Pello sauber dort. Da kannst du für Fußboden essen, ohne Probleme. Herrlich. Dann machen wir weiter. Wie immer noch nachher so ein AOK-Beugel. Ich muss dringend einkaufen, habe nur noch Licht im Kischern. Kennt ihr ja bestimmt schon, hab ich ja schon mal gehabt. So ein Beugel, schon zweimal. Und dann geht's mir gleich schon los. Und zwar nochmal einen Wilkinsen. Dann einmal Mikado. Stäbchen, was zu naschen. Dann einmal Hafermilch. Hafermilch. Dann einmal, was sind das? Trocken-Tee-Shampoo. Für alle hart heben, ohne weiße Rückstände. Dann einmal Tomatenketchup von Hella, 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 Hella. Dann ist das ein Haferkriegel von Kraft. Äh, noch nie. Haferkraft. Warum? Mach doch mal mit. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Haferkraft. Zerro. Ohne Zucker. Und Ha... Mit Haselnuss. Dann das allzeit beliebte Red Bull. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja Kommentare schreiben. Nicht vergessen die Glocke zu aktivieren. Ein Abo wäre gut. Und alles natürlich ist kostenlos. Und würde mich sehr freuen. Ist aber kein Muss. Dann noch einmal. Creme. Crunch Creme. Da freut sich mein Sohn wieder. Ich komme da nicht ran und sowas. Dann hier noch ein Viehschrankmagnet. Huuuuch. Das sind heiß hier der Quelle. Danke. Den Kiesbrei. Vegan. Aus der Tasse. Pflanzlicher Kiesbrei. Oh. Gesundheit. Zerroquelle. Danke. Ich werde krank. Ja. Ich werde nur noch überlegen wie ich das mache ohne Mikrowelle. Haha. Nein. Und einmal Brühe. Ja. Brühe ist immer gut. Dann bekommt der Omi. Und wie schmeckt das? Ich komme an sowas nicht ran. Absolut nicht. Ihr könnt mir ja auch ein Paket schicken wenn ihr wollt. Meine E-Mail-Adresse steht auf dem Profil. Von Super Quelle. Ja. Da steht alles weiter da. Dass alle von Frage an das Video kommt. Ja. Ich hätte mir jetzt mal eine Auszeit genommen. Aus privaten Becken. Weil halt zu viel war. Und auch. Arbeit. Ein paar zu viel für mich. Und. Dazwischen noch ein Video zu machen. Habe ich mich hingekriegt. Da habe ich selber vorgezogen. Mal zu schlafen. Um mich zu erholen. An der Arbeit. Weihnachten sah. Ja. Es sah ziemlich gut aus. Ja. Ich habe ein bisschen was gekriegt für meine Eltern. Bei meiner Schwester habe ich ein schönes Glas bekommen. Und ein. Timo. Äh. Eiswürfel. Teil. Dingisbums. Zeigst euch mal in so einem Short. Ja. Jetzt habe ich erstmal noch was. Gefunden. Und zwar. Pflaumen-Tee. Alles Pflaumen. Ja. Und das war's schon. Wie gesagt. Das ist alles. Das Werbung hier. Das ist in der Sektion. Wenn euch weitere Videos gefallen hat. Schon gesagt. Würde ich mich freuen. Wenn ihr einen netten Kommentar da lasst. Ist kein Muss. Wie gesagt. Ja. 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 Wie kannst du. Kondome zu 15% kriegen. Rabatt. Shop-Apothek. Ja. 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 Wurde von mir durchgelesen. Und dann gleich knapp und losgelöscht. Ja. Also. Und an die Frau. An die Abonnentin. Die mir die 300. Verschafft hat. Abonnenten. Also den 1 Abonnent. Damit ich die 300 vollkriege. Und dann später aber abgehauen ist. Tja. Danke nochmal. Für die schöne 5 Minuten. Die ich mich erfreuen konnte. Weil ich die 300 geschafft habe. Naja. Hm. Ja. Danke nochmal. Weg Forse. Haha. Ja. Hier ist nochmal Brühe. Und hier ist nochmal. Werbung der Sinne. Für die Bier App. Die Moser Liesel. Jetzt auch auf Youtube. Und dann bitte. So. Und das war's auch schon. Ja. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Und ich würde sagen. Ziehen wir das Video nicht lange. Nicht länger. Sind 15 Minuten. Das reicht. Ja. Ja. Länger. Guckt ihr bestimmt nicht meinen. Schmutz Content. Oder mein Chaos. Wie auch immer. Wie ihr das auslegt. Ja. Dann. Bis die Tage. Danke. Habt euch wohl. Eure Silberquelle. Hm. Hüio. Hüio.